Ich möchte Ihnen heute auch noch zwei weitere Highlights aus unserer Steinobenfamilie vorstellen und zwar sind das unsere Brotsticks. Zum einen haben wir hier den Brotstipp mit Oliven, also wunderbar große Oliven im Teich. Der Teich ist schön saftig durch das Olivenöl. Dieser Artikel ist einfach ideal für To-Go, für die Grillzeit. Oder einfach, wenn man Oliven mag, von morgens bis abends. Also ein absoluter Hit, mein persönliches Highlight aus dieser ganzen Range. Der Olivenstick mit der Artikelnummer 3131 hat ganze 27% Oliven und im Karton befinden sich 90 Stück. Der ganze Stick wiegt 87 Gramm, also ein perfekter Snackartikel. Auch hier bestellen Sie ihn einfach bei der nächsten Bestellung mit. Die Steinofenprodukte haben eines gemeinsam. Sie haben eine unglaublich tolle rustikale Optik. Sie haben damit eine super Aufwertung in Ihrem Sortiment. Sie haben intensives Aroma und einen unverwechselbaren Geschmack. Informieren Sie sich auf unserer Homepage über weitere Produkte www.deh.de oder rufen Sie einfach bei uns in der Hotline an. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Birgit Lechtgen Wir sind Sie einfach bei uns in der Hotline an. Wenn wir jetzt abonnieren, haben Sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.